Hallo aus Biberach, hier hat gerade das Seminar Digitale Medien stattgefunden. Also wie wird man erfolgreich, indem man digital kommuniziert? Du hast es auch mitgemacht. Wie hat es sich denn weitergebracht? Aber die erste Frage ist ja, warum hast du das überhaupt gemacht? Ja, ich habe es deswegen gemacht, weil ich bei zum Beispiel Ortstermine schon gemerkt habe, ich werde gegoogelt, wollte mich ein bisschen weiterbilden. Dann in meiner Tätigkeit als Luftdichteprüfer, nur Homepage, nur irgendwie Mundpropaganda. Ich wollte es einfach erweitern, den Geschäftskreis oder die Möglichkeit, andere Kunden zu bekommen aus der Zimmerei, sind andere Geschäftsleute oder gegebenenfalls Privatleute, die dann Luftdichteprüfung machen. Und so musste ich einfach mich da irgendwie weiterbilden. Ich bin zwar auf Facebook, aber jetzt nutze ich es halt privat irgendwie ein bisschen. Und bist du jetzt motiviert, mehr zu machen? Ja, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich werde erst mal einen Blog, also einen Blog auf die Homepage setzen, mit dem die Facebook mitbedienen. Also für mich ist es jetzt überschaubar. Ich habe jetzt nicht eine Homepage und einen Blog oder dies und jenes, was ich machen muss, sondern ich weiß gezielt, ich kann bestimmte Medien bedienen und kann die multiplizieren. Und dadurch habe ich eigentlich relativ große Weite an Streuung mit überschaubar Arbeit. Okay, und hat es denn auch Spaß gemacht? Es war anstrengend. Die gibt einem brutal Gas. Aber es war super interessant und hat Spaß gemacht, ja, absolut. Okay, super, dann vielen Dank. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Rainer Glemser, schaut auf seiner Website. Wenn ihr mehr zum Seminar wissen wollt, schaut auf die ProKlima-Seite. Tschüss. Super.